Servus, grüß euch, ich bin jetzt wieder der Florian. Erster Videoblog in dem Jahr 2012. Ich hoffe es hat auf das Jahr genauso gestartet wie ich. Ich bin heute das erste Mal unterwegs in der Skisaison, wie die Tournski. Traumhafter Tag, klassische Einstimmungstour im Wiebdölbezirk in Spockland, in der Sturwey an Sinatra der Alpen, ist der Sattelpark, wenn du hinter mir schaust, Traumhafter Blickrichtung in Spock aus, zur Notketten, zum Kavendl, man sieht die Seite ist auch ganz andere Seite. Seht man, ins Häusern der Leide, ganz hinten in Pulpera, Vorstand, Graxendroger. Also wirklich ein genialer Ausblick. Berge Einstimmungstour, besonders am Anfang von der Saison, war ein ziemlich überlaufener Tag, fand ich ganz spannend, und ziemlich mit Hügeln überseht, aber ein wenig stimmend, manuell bestanden, ist das gar nicht möglich. Ich wünsche euch noch eine Rägele, und glaube, ich bin es natürlich einer zugestimmt, die zunächst mal sehr wohl sehr krass da werden.